Hallo, willkommen zu diesem kurzen Hinweis. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe da ein interessantes Video hochgeladen, wo man verschiedene Sachen fliegen sieht. Schafe, Hexen, Go-Karts und so weiter. Alles fliegt hier in dieser Halle herum. Hier steht immer noch weltweit verfügbar. Allerdings hat mir ein Insider aus Deutschland plötzlich geschrieben, dieses Video ist eigentlich in Deutschland gar nicht verfügbar und es ist kein Wunder, dass es nur so wenig Aufrufe hat. Da fühle ich mich ein bisschen veräppelt, wenn hier steht, ist noch weltweit verfügbar. Ja, jedenfalls habe ich das natürlich jetzt gefixt, indem ich das auf meiner Homepage hochgeladen habe. Den Link dazu kennt ihr ja, ich kann euch das nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Jedenfalls hier gibt es das Hallenflug-Event des FNPC Austria und hier kann man dann auf Play gehen, kann hier die Lautstärke ändern, kann hier auf Vollbild gehen und kann hier vorspielen. Ja, und so sehen die Dinger halt aus. Ich werde jetzt nicht allzu viel vorspielen, weil sonst wird mir das Video auch wieder gesperrt. Jedenfalls, diese Dinger sieht man halt alle fliegen. Und man kann das dann hier sogar irgendwie, ja, woanders einfügen oder den Link weiterschicken oder die Info ansehen. Gut, steht man da gerne drin. Na gut, jedenfalls, so ist das halt. Also, ihr könntet euch das dort anschauen, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch das alles und ja, bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.